Hallo Janik. Du bist ja vor eineinhalb Jahren auf deine grosse Reise gestartet. Wo warst du überall? Ja, ich bin ja im 1. August 2019 in Aarau mit dem Fahrrad abgefahren. Dort war die Idee nach Südosten. Aus dem Grund auch, weil ich die Wärme noch haben wollte. Dort war die Idee, nach Kroatien zu fahren. Es hat sich dort etwas ergeben, um zu arbeiten. Das war trotzdem nicht. Darum bin ich der Idee gefolgt mit Südosten. Das heisst, ich bin durch die Alpen gefahren, Flyolapass, Offenpass bis in Südtirol. Im Südtirol hat mich das Knie eingeholt. Dort hatte ich eine Entzündung. So bin ich dann leider Gottes in einen Ausfall eingefahren. Als ich in Tirolin, also in Kaufstein, konnte ich mal pausieren. Die ersten zwei Wochen nach dem Vorfall. Das war schon am 8. oder am 9. Tag. Und so ist dann der Weg, so wie an Österreich, dann später Spanien, wo ich insgesamt zwei, zweieinhalb Monate war, dann nach Südostasien gegangen. Als ich dann zwei Monate im Thailand war, einen Monat in Malaysia auf dem Segreboot. Und dann die Rest der Zeit auch wegen dieser ganzen Pandemie-Geschichte in Indonesien. Ja, dort vier Monate auf einer Insel. Eigentlich mehr oder weniger komplett isoliert. Und der Irgwärm musste geheißen, so ausländern nicht raus, gehen nach Hause. Da bin ich dann halt nach Hause gekommen. Und ja, jetzt seit dem Anfangs-Augsten 2020 wieder in der Schweiz. Wie warst du unterwegs? Ja, das ist noch lustig. Eigentlich ein wenig mit allem. Also, angefangen mit dem Velo, wo das Knie kam, dann zu Fuss, nachdem das wieder gut war. Also, da habe ich einfach einen Rucksack gekauft. Und dann konnte ich im Wald wandern und so, das hat dann gut geklappt. Dann habe ich einfach einen Rucksack gekauft. Dann bin ich in Österreich dann getrampet. Also, einfach per Anhalter. Ja, bis nach Wien. Also, zuerst nach Salzburg, Scharnstein und Wien. Dann haben in Spanien wieder viele Bussen gefahren. Ja, dort hat mich Trampen weniger gereizt. Die wollten einfach mal die Fernbussen. Weil dort dann einfach so mega präsent sind. Das ist so besser wie ein Zugnetz ausbauen. Und dann dort auch noch wandern. Also, da habe ich mal so die erste wirklich lange Wanderung gemacht. Das sind eine Woche oder ein bisschen mehr wie eine Woche. 120 Kilometer knapp. Und ja, da war dann wirklich alles dabei. Und dann in Asien später. Viele Boote natürlich. Ja, zwischen den Inseln oder eben dem Monat auf dem Segelschiff. Und ja, das Einzige, was ich eigentlich ausgelassen habe, war irgendwie selber fliegen. Aber eben, ich habe immer wieder auch mal geflogen. Und ja. Wie war es zum Trampen? Hast du einmal lange warten müssen, bis du nicht vor der Gelegenheit gehabt hast? Nein, eben gar nicht. Das ist so mega lustig. In der Vorbereitung des Trampen. Ja, ich habe da auch so viel gelesen und versuchte mir so ein bisschen übers Internet so ein bisschen einen Eindruck zu schaffen, wie man das macht. Und da hat es eben schon geheissen, also Angst muss man nicht haben, dass man nie wegkommt. Also man kommt immer irgendwo her. Manchmal einfach eine Frage von Tagen oder Stimmen oder Tage. Und bei mir war es wirklich so. Ich glaube in dieser Zeit durch Österreich, was waren das? Es waren vier oder fünf Mitfahrtgelegenheiten. Da habe ich glaube insgesamt, wenn ich alles zusammenrechne, vielleicht hat man vier Stunden gewartet. Also ja, da wo andere schreiben, dass sie stundenlang irgendwo an der Autobahn reinfahren, warten oder auf einer Raststab fast verloren gehen und einfach Schiss haben, dass sie nie mehr wegkommen. Das kann ich so nicht teilen. Ich habe ja sofort immer einen gefunden, der dort hin ist, wo ich wollte. Was hast du dir für ein Budget vorgenommen gehabt pro Tag? Auch pro Tag? Das habe ich mal gewusst. Das weiss ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Aber ich glaube es sind, das sind es glaube ich 10 Franken pro Tag, die ich mir am Anfang mal ausgerechnet habe. Das würde dann mal für eine Weile länger. Ja, weil ich halt auch so von den ganzen Blogger und YouTuber und so versucht habe, mal so einen Konsens zu finden. Oder was braucht man oder was brauchen die? Was ist so ein realistisches Budget? Mittlerweile kann ich sagen, dass ich in so einem Monat unterwegs mit 500 Franken bin ich eigentlich immer super durchgekommen. Und das ist jetzt auch so ein kleines Fazit, als ich herausgezogen habe, dass ich auch für die Zukunft rechnen kann. Das ist eigentlich eine Ergebung jetzt. Dass ich eigentlich weiss, meine Bedürfnisse, wo ich super zufrieden bin, mit 1500 Franken kann ich einen Monat reisen, ohne dass ich schauen muss. Ja. Ist es so gewesen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder was ist anders gewesen? Oh, anders war eigentlich alles. Ja, vorgestellt habe ich mir, ja, Velo fahren. Bergauf, Bergab, lang, immer draussen sein. Und das ist eben schon relativ gleich anders geworden. Ich hatte immer so das Gefühl, man ist viel mehr so richtig alleine. Und das war dann halt jetzt auch nicht so. Also man hat immer irgendwie Leute um sich herum gehabt. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist viel besser geworden, als das, was ich mir vorstellen konnte. Ja. Ja. Was war der verrückteste Ort, wo du geschlafen hast? Der verrückteste Ort? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil mittlerweile ist irgendetwas mehr so wirklich verrückt. Aber ich sage auch, der komischste Ort, wo ich geschlafen habe, war Valencia in einer U-Bahn-Station. Also bin ich am Flughafen angekommen, und am nächsten Morgen habe ich den Flug so gebucht, dass ich so spät ankomme, und am Morgen früh gerade mit dem Bus weiter nach Murcia gefahren bin. Und dann musste ich dort einfach die Nachtwirkung verbringen. Und dann habe ich eigentlich gerade in der U-Bahn-Station vom Flughafen gefunden, das ist eine Gebung. Und dort haben die anderen auch geschlafen. Es war warm. Dann hatte ich auch mein Wettchen und den Schlafsack. Also ich hatte einfach meine Hängematte, das war meine Decke, und dann bin ich dort gelegen und habe geschlafen. Was war dein bestes Erlebnis? Oh, das Beste? Also zurückblickend ist, ich glaube, das Schönste und das, was mich am meisten reizt, um es wiederzumachen. Weil ich sage, es ist mega schwierig, so ein Jahr irgendwie runterzubrechen, auf ein Ereignis oder auf ein Erlebnis. Es ist mega situativ. Aber ich muss wirklich sagen, was ich unbedingt wieder machen will, oder was ich mittlerweile auch schon vermisse, das war die Zeit im Segelnbau. Und ich meine, wir sind ja nicht wirklich gross, also wir sind nicht auf Hursi segeln, sondern wir sind einfach in einem Hotel, da sind wir chartert gewesen, und wir sind quasi immer in einer Bucht gelegen, 24-7 auf dem Bucht gewesen. Und immer wenn die Gäste haben wollen, sind wir mit denen ausgefahren. Aber einfach das, das war riesig. Also das Schiff, das ist definitiv etwas, was ich in irgendeiner Form wieder machen werde. Was ist das schlechteste Erlebnis gewesen? Ja, das schlechteste Erlebnis? Ich sage mal schlussendlich, ist sicher das Traurigste an dieser ganzen Sache, ist ja auch schon die Trennung von der damaligen Freundin gewesen. Wo gleichzeitig aber auch der einzige Kontrapunkt, der auch gegen diese Reise gesprochen hat, wo ich dann so wie gesagt habe, ja, es gibt so viele gute Sachen, es gibt etwas Schlechtes. Wo ich dann wie gesagt habe, ja, im Worst Case wäre ich, wo ich mir selber gefragt stelle, wäre ich bereit, als Opfer für die Reise. Und ich rede ja auch gesagt habe, ja, ist dann halt am Schluss dann gleich so gekommen, wie man es sich eben auch eben auch vorstellen konnte, bei so einer Idee. Ja, das ist sicher, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich der Traurigste, ja, oder einfach so der emotionalste Moment auch gewesen. Sonst ist eben, es geht immer auf und ab. Mal ist ein super Tag gewesen, mal ist ein schlechterer Tag gewesen, aber dort ist wirklich, ja, viel gefühlsachtbar gewesen, irgendwie um diese Zeit oder auch dann nachher, wo ich dann wie gemerkt habe, so jetzt ist es fix, oder jetzt ist es voneinander, und jetzt geht es weiter, jetzt muss ich vorwärts gehen, und dann sind so ein paar, ja, ziemliche Ausschläge gegeben. Hast du manchmal auch Angst gehabt? Ja, Angst ist wahrscheinlich nicht so das richtige Wort, sondern meistens ist es mehr so so ein, ja, es ist schon ein bisschen mehr wie nur Respekt, aber jetzt auch nie, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt ist es wirklich gefährlich. So eine gefährliche Angst nie. Aber einfach immer so, oder nein, einfach häufig so, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. So wie beim Trampern war es natürlich super, weil, nie ein Schiss, aber du weisst nie, wo du einsteigst. Und so war es auch dort, dass es eine lustige Geschichte gegeben hat. Und ja, das sind sicher beunruhigende Momente, aber jetzt nie etwas, wo ich wirklich Schiss hatte, dass jetzt etwas passieren könnte. Ja, da habe ich irgendwie immer zu gute Leute getroffen. Hat es Momente gegeben, wo du aufgeben wolltest? Ja, vor allem am Anfang. Am Anfang, glaube ich, auch ein paar Tage. Ja, weil man es sich einfach noch nicht so gewohnt war, auch noch nicht so gewusst hat, wie geht man in gewissen Momente mit dieser ganzen Sache um. Und ich glaube, eben dort spätestens, auch nach der Trennung mit dieser ganzen Gefühlsachterbahn, da gab es schon Momente, wo ich kurz davor vor dem Heim habe, sogar nach Flöge geschaut. Wie komme ich zurück in die Schweiz? Und am Schluss habe ich dann gleich irgendwie, ja, ich habe halt eine innere Stimmung gesagt, nein, mach es nicht, ich gehe weiter, ja, mach noch etwas. Und am Schluss wurde es dann eigentlich ganz gut. War es einfach, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen? Ja, grosser und ganzer schon. Die Frage ist halt immer, was für Einheimische suchen wir? Weil, vor allem, gut, eben der grösste Teil war in Südostasia, wo es jetzt mal ein ganz anderes Bild vom Westen hat, oder auch von den Touristen. Du bist sofort mit irgendeinem in Kontakt, und du sogar ziemlich gut Englisch redest. Aber, was ich halt einfach wirklich gemerkt habe, ist, die wirkliche Kultur, lässt du halt so die gleich nicht wirklich kennen. mit einem Bergbauer in Kontakt zu kommen. Das stellt sich dann gewissermassen. Das hat einfach schwierige Formen, auf der einen Seite eine Sprachbarriere, auf der anderen Seite man muss sie halt auch finden. Und das sind halt schon noch die Kulturen, die noch näher an der Natur leben wie wir, wo du jetzt nicht mit dem Bus hinfahren kannst, und dann eine Stunde in das Dorf einlaufen. Sondern du wirst wirklich tagelang irgendwo in den Dschungel laufen. Dann findest du wahrscheinlich schon die richtigen Einheimischen, die vielleicht das Land besser repräsentieren, wie der am Strand, der dir erzählt, wie das Land läuft. Im Grossen und Ganzen hat man schon einen einfachen Traut, dass man mal eine Idee davon bekommen kann, wie das Land getroffen ist. Welchen Menschen du da getroffen hast, hat dich am meisten beeindruckt? Uh! Das waren viele. Weil man überall konnte man auch so ein Scheibchen mitnehmen. Aber so ganz spontan der erste Eindruck war auch wieder der Captain vom Segelboot. Weil, ja, das ist halt wirklich so ein Typ, der ist jetzt Ende 60 und der hat mit 27 sein erstes Boot in Malaysia gebaut. Und der ist seit Ende 20 dort. Und der lebt einfach sein Leben als Segler und findet das super und führt dort Leute rum. Das reicht einfach und das ist völlig seine Passion. Ich habe noch nie so einen fiten Menschen gesehen in diesem Alter. Der hat uns immer gezeigt, wie es geht. Sagen, er kann nach einer Unklettern und etwas flicken. Sein Leben ist sein Lebensinhalt. Er muss das machen, sonst macht es ja niemand. Und er ist noch so zufrieden, obwohl er eben alt ist, gebrechlich ist und der Traum muss aufgeben wegen der Gesundheit. Aber das hat mich schon noch recht inspiriert, weil er hat so seinen Lebensplan gefunden gefolgt. Und er ist das Leben lang glücklich gewesen, obwohl er eigentlich ein Leben gelebt hat, das vielleicht nach anderen Idealen vielleicht nicht optimal war. Aber für ihn hat es gestimmt. Und das ist das, was mich recht beeindruckt hat. Wie war der Alltag? Der Alltag? Ich habe das Leben geniessen, von morgen früh bis zu ober spät. Das ist so ein bisschen zusammengefasst, ja. Ja, man hat natürlich viele so Probleme gehabt, wo man da in unserer Gesellschaft, also einfach so in der Schweiz oder einfach allgemein in grossen Ländern, also in entwickelten Ländern, in denen eine funktionierende Gesellschaft ist, mit Städten und so existiert, wo man dann halt nicht so hat. Zum Beispiel bei uns das Thema Wasser, oder wo dort kann man das Wasser knapp zum Duschen brauchen und selbst zum Blumen gießen kann man es vielleicht nicht brauchen, weil sie eingehen, wenn du es darüber einlärst. Aber das hat in Spanien schon angefangen. Im Süden von Spanien kann man das Wasser zum Hanenhaus genauso nicht trinken. Und dann musst du die ganze Zeit immer schauen, ob genug Wasser dabei ist, und wo bekomme ich das Nächste, und dann hat es mal nichts, und dann bist du plötzlich so, äh, wo ziehe ich es jetzt her? Und ja, das ist das Einzige gewesen. Ähm, ja, also so ein Problemchen. Oder danach eben sich immer Gedanken machen, wo gehe ich durch, oder? Dass man einen ungefähreren Plan im Kopf hat. Klar, man kann schon irgendwo eben sein, bleiben. Mir war es häufig so, dass ich mich halt, meistens, wie wohlgefühlt habe. Und dann habe ich mich dort einfach so lange wohlgefühlt, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt muss ich noch anders hin. Und dann habe ich plötzlich wieder jemanden getroffen, eine Idee gebracht. Hey, ja, das ist lässig. Oder komm, man geht dort hin. Und dann ist man dort hingegangen. Und dann ist man dort, ja, hat sich das immer so eins zum anderen gegeben. Das war eigentlich so ein bisschen der Alltag. Ja. Wie hat sich die Reise auf deine Persönlichkeit ausgewirkt? Ja. Ich glaube, nein, mittlerweile weiss ich auch, dass ich, glaube ich, schon einmal gekehrt habe. Weil viele Sachen, die ich vor der Reise schon gewusst habe, habe ich dann einfach gewusst. Und heute habe ich so in der Bauchgänge so ein Gefühl dafür, wo ich so weiss, ah, das stimmt ja. In dieser Hinsicht bin ich sicher entspannter und ruhiger geworden, weil ich so ein bisschen wie ein, ja, ein Vertrauen dazu gefunden habe, dass die Sachen, die man braucht oder die man bereit ist im Leben ist dafür, die kommen so oder so. Ob man sich jetzt mega der Zeit nimmt und, ja, und das Glück versucht mega zu forcieren, oder? Ein Glück sagt, warte, nicht auf die gleichgültige Art. Aber einfach, manchmal muss man gar nicht so den ganzen Tag an etwas rum basteln und machen und tun, dass es passiert, sondern einfach geduldig und einfach nur die Chance sehen, wenn sie kommt. Und da, in dieser Hinsicht bin ich schon ganz anders, ja. Was hast du gelehrt? Ganz viel. Es ist noch schwer, das jetzt irgendwie, ja, so in ein paar Sätze zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist so die grösste Lehre an dieser ganzen Sache, also, ja, so ein bisschen gesehen, ich habe ja dort immer gesagt, ich will den Sinn des Lebens finden, was eigentlich relativ einfach gewesen ist, schlussendlich. Ja, Sinn ist immer das, was einem Sinn stiftet, oder? ja, was mir dann auch geholfen hat, ist so die Erkenntnis zu verstehen, dass das Leben wahrscheinlich so ein Rätsel oder so ein Mysterium ist, das man gar nicht lösen kann, oder? Sonst hat man das ja schon gelöst. Und wichtig ist einfach, dass man irgendetwas findet unterwegs, also auf seinem Lebensweg, zufrieden und glücklich macht, in der Ausübung, wo man eben gar nicht mehr studieren muss, was gibt es Besseres, was gibt es Schlechtes, sondern einfach das, was ich gerade mache, ist gerade das Richtige. Und das ist eben sicher so die grösste Lehre, weil wir so ein bisschen jetzt auch auf dem Plan halt ja, wir versuchen zu weiterentwickeln, also einfach das machen, was ich jetzt gerade Lust darauf habe. Und eben so wie die Idee, ja, jetzt auch mit dem jetzigen Leben, ähm, wo ich, wo ich, wo ich das versuchen, so nahe zu leben, wie ich mir das im Kopf vorstelle, und so den Leuten erzähle, wenn sie mich fragen. Etwas Unerwartetes, was du erlebt hast? Etwas Unerwartetes? Ja, wahrscheinlich, dass ich so völlig begeistert auf dem Tauchen bin. Also das ist jetzt wirklich etwas gewesen, wo, ja, wo ich mir nie vorstellen konnte. Also ich habe mir schon, es ist immer mal gesagt, ja, wenn du in der Ferien bist, gehst du, du magst tauchen, dann machst du tauchen. Und, 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 wo es dann klar war, ist eben, als ich nach Thailand gegangen, habe ich gedacht, es ist das alles als erstes gekommen, jetzt wirst du in Thailand, man sagt, dann kann man super tauchen, jetzt gehst du mal. Und das war nie irgendwie so ein Traum, sondern es ist einfach eben, die Chance hat so ein bisschen die Möglichkeit getroffen. Und, und, dann bin ich dort ja auch tauchen, und, und das hat wirklich eingeschlagen, wie eine Bombe, oder das erste Mal ins Wasser gehüpft, und unter Wasser, und, ich meine, jetzt in dieser kleinen Tauchkarriere, die ich habe, kann ich wirklich sagen, dass das, was wir da gesehen haben, eigentlich nichts war. Und selbst das hat mich der eine Fisch, der da zu schwimmen kam, hat mich so fortgeblasen, dass ich einfach gewusst, ja, das ist super geil, das will ich unbedingt mehr machen. Und so ist dann halt schlussendlich wirklich so, von Dezember 19 bis Juni 20, bin ich ja mehr oder weniger im Wasser gewesen. Irgendwie in einer Form, ja, mit Schnorcheln und Flossen oder mit Flaschen auf dem Rücken und tauchen gewesen. Das aussergewöhnlichste Essen, das du probiert hast? Hm. Ich glaube, das ist im Fall gar nicht so aussergewöhnlich. Also, ja, ich habe jetzt nie, ich bin auch nie so wirklich in Kontakt gewesen mit so ganz schrägen Sachen. Also klar, in Thailand hatte man dort schon einen Alligator oder so ein Heuschrecken und Taranteln und so essen. Aber das hat mich nicht so gereicht, so genau gesehen, das ist halt so ein Touristen-Ding. Die bieten es dir einfach an, weil die Leute das wollen. Und Tide hat das dort nicht gegessen. Und, ja, was ich natürlich nicht weiss, ist, ob ich nicht mal irgendwie Hund, Katze oder so, weil es hat natürlich dort schon viele Strassenhunde und so gehabt, wo es immer wieder, ja, mal jetzt mehr, mal jetzt weniger. Und, ob es da wirklich Boulet oder Rind ist, wo es da auf der Karte angeht, das weiss ich halt nicht. Also, ich habe nie im Wissen so etwas gegessen, wo ich mir aber ganz Indonesien sehr gut vorstellen kann, dass das sicher mal auf dem Teller gewesen ist. Also, es würde mich nicht verwundern, wenn einer sagt, es ist nie Lamm gewesen, sondern es ist immer irgendwie der Nachbars Hund. Ähm, aber ich glaube, es ist etwas das Schrägste von den Fischen her, weil wir dort natürlich, ja, unser Koch, das ist immer ich finde, mit den Harpoonen fischen für uns. und dort haben wir natürlich schon mal so ein paar Fische gegessen, die eigentlich so nicht irgendwie auf der Speisekarte sind. Das waren eben Doktorfische oder Papageienfische, die schon ganz eigene Geschmäcker haben als das, was man eben so kennt mit Wolfsbarsch und Makrelen und wie sie heissen da die grossen Essensfische. Und das war sicher eben so ein bisschen aussergewöhnliches an, andere Fische zu essen. Das ist eigentlich das, was die Natur einbietet und nicht das, was den Kopen zur Verfügung stellt. Wie hat die Reis dein Essverhalten verändert? Ich esse viel mehr Reis und viel schärfer. Also das ist wirklich so das Positive, was ich mitgenommen habe. Ich habe gemerkt, als Teil, das vollumfangliche Geschmacksspektrum. Die haben dort immer alle geschmecken drin, also Süss, Salzig, Beter, Scharf und Umami. Und ich habe gemerkt, dort kann ich so viel essen, wie ich will und ich kann tendenziell immer mehr abgenommen. Auch auf dieser ganzen Reise habe ich schlussendlich sind es gerade 10 oder 11 Kilo, wenn ich leichter zurückgekommen, wie ich gegangen bin. Und ich habe unterwegs nicht irgendwie, klar, das Tauch hat sicher viel Energie gebraucht. Doch wir haben dort auch häufig geessen, also wirklich brutal viel, wo ich heute nicht mehr so viel essen könnte. Und das habe ich halt schon mitgenommen, weil irgendwie gemerkt, dass der Reis, der tut man viel besser als Brot und Teigwaren und jetzt ist natürlich auch, ja, so ein bisschen das asiatische Essen, das habe ich mega viel gemessen. Weil man es halt nie so wirklich herbekommt. Mit dem jetzigen Wissen würdest du etwas anderes machen? Nein. Ich glaube, das Einzige, was ich machen würde, ist der Klassiker, dass man sagt, ich hätte schon viel früher sollen. ja, also das ist jetzt wirklich so, so mit dem heutigen Wissensstand, Anfangs 20, wäre das eigentlich schon so eine gäbige Grundlage, wo man wirklich null verpflichtet, gar nichts und wo man völlig naiv ist und keine Ahnung. Ja, so zwei, drei, vier Jahre unterwegs sind, das räumt mich schon ein bisschen, aber, lieber, ja, lieber mit Ende 20, als mit, irgendwie mit 45 auf diese Kenntnis zu kommen. Hast du noch Kontakt mit Menschen, die du kennengelernt hast? Ja, tatsächlich, ja. Also, es sind, jetzt Leute, also, einerseits die, die schon ein bisschen gelinnert gegangen sind, also konkret, das ist eine Frau von Frankreich, ähm, ja, ist noch lustig, eigentlich sind es noch Frauen, ja, und eine Schweizer Kollegin, die immer noch in Bali ist, da ist noch lustig gewesen, weil, ja, wir haben es einfach super verstanden, wir haben es Thailand kennengelernt und, und es sind immer so ein bisschen ähnliche Wege gewesen, da hat man sich unterwegs in Indonesien mal wieder einmal gesehen, und, und sie ist jetzt wirklich auf Bali hocken sie fest, und, ja, das ist eigentlich noch lustig, ähm, ja, das sind so die, und, sonst, hat es sich dann auch erstaunlicherweise recht auseinander ausgelebt, das ist halt auch etwas, was ich vorher nicht gedacht hatte, wie, ja, wie unangebunden, eben so, ohne Verpflichtungen ist halt die Reisewelt. da sind Leute zwei, drei Wochen mega aktuell, und, nachdem, dann einen Monat später, ja, hat man dann die Schule vergessen, oder, man kann eigentlich in dieser Zeit, kann man eine super Zeit haben, ja, über Gott und die Welt noch, und so wirklich das Gefühl, hey, das könnte ein Body werden, und irgendwie zwei Wochen später, ja, so mehr oder weniger, ja, wer bist eigentlich du, ah, stimmt, ja, wir haben es so zwei Wochen mal gesehen, oder, das ist schon, die Flüchtigkeit, ist wahrscheinlich schon nicht so jedermanns Sache. wie lebst du jetzt? Ja, jetzt lebe ich, ähm, so im Gedanken von unterwegs, von dem weniger ist mehr, oder von dem, es braucht gar nicht mehr so viel im Leben, ähm, ähm, ja, man kann der Sache schon eher, echt minimalistisch sagen, im Auto, ähm, das ist jetzt so, ja, so eine Idee, wovon unterwegs kam, wo ich so wie, das ist eigentlich zu Hause lang gewesen, wo ich ein Hostel gewechselt habe, und ich einfach mehr so in den Rucksack packte, und dachte, das ist schon verrückt, alles, was ich brauche, habe ich hier drin, noch nichts, was noch in der Schweiz im Lager ist, habe ich vermisst, und eben alles, was ich, was ich brauche, um zufrieden zu sein, und um monatenweise leben, ist in dem Rucksack hinten, und da habe ich so, eben in der Indonesia, über den Moment noch gedacht, und einfach so gemerkt, kann man das in der Schweiz wirklich umsetzen, und, ja, da bin ich relativ schnell zur Kenntnis gekommen, dass halt jede Wohnung oder jedes WG-Zimmer ist grösser als ein Rucksack, und darum, ähm, habe ich dann so einfach gesucht, ja, gibt es noch etwas Kleines, und dann bin ich dann plötzlich eben, völlig zufällig, eigentlich auch wieder aufs Auto gekommen, obwohl es eigentlich so naheliegend ist, weil ich ja vorhin dann schon viel mit dem Klettern im Auto unterwegs war, und da ist dann plötzlich eben die Idee so, hergreift, man könnte doch einfach mal, wenn man zurückkommt, geht man mal ein Jahr ins Auto, und schaut, ja, wie erlebt sich, ist das möglich, und, ja, ist das auch eine Möglichkeit, wie man das Leben kann verbringen, oder? Ja, meine Kaffeemaschine, also ja, so ein kleiner Kaffeehefelchen, das habe ich mich schon gefreut, weil, ja, ich muss so sagen, in der Stadion, gibt es sehr viel, sehr guten Kaffee, weil mega viele Europäer jetzt so kleine Kaffee eröffnet haben, und man super Cappuccino trinken konnte, aber gleich, das ist so, so selbstständig können, einfach ein Kaffee kochen, wo kein Instant Kaffee ist, ja, so sauber und unabhängig, da habe ich mich mega gefreut darauf. Du hast vorhin Minimalismus angesprochen. Ja. Als du nach Hause kamst, hast du deine zurückgelahnen Gegenstände nochmal angeschaut und gesagt, hey, wieso habe ich uns überhaupt aufbewahrt, das kann jetzt gehen. Wie ist das so gewesen? Ja, es war wirklich spannend, ja, dass ich eigentlich eben, das Wenige, das noch vorgeblieben ist, also das war ja nicht viel, eigentlich, habe ich dabei noch einmal angeschaut und dann noch einmal im Nachmittag oder in einem Tag konnte ich nochmal mega reduzieren, weil ich wirklich immer so gesagt, komm, jetzt tust du mal aus, was du wirklich nicht mehr brauchst. Oder wenn man dann angeschaut hat, es hat dann viele Vorbereitungssachen gegeben, wo wir uns auf die Seite tun haben, und dann dachte, ja, das kann man vielleicht dann noch einmal brauchen. Und als ich dann gemerkt habe, habe ich das Jahr unterwegs nicht vermisst. Eigentlich könnte ja alles, was in dem Lachau noch stehen, fortzuschießen. Aber, ja, heute hat es noch so gewisse Sachen daran, wo ich einfach sage, es macht irgendwie keinen Sinn, vom Kopf her, das fortzuschießen, zum Beispiel Kleider. Klar brauche ich jetzt viel weniger, aber ich sehe es nicht ein, die, die ich habe, vorzuschießen, weil, ja, ich könnte es ja spenden. Aber irgendwann brauche ich auch wieder Neues. Und ich finde es halt gleich schleuer, das Alte zu brauchen, bis es wirklich nicht mehr rum ist. Und anstatt jetzt einfach nur, weil ich minimalistisch leben will, und vielleicht auch ein wenig angeben kann, wie wenig ich besitze, einfach quasi alles entsorgen. Um das geht es mir nicht. Hast du Pläne für das kommende Jahr? Ja, mal so weitermachen auf dem Weg, wo ich jetzt dran bin. dass ich natürlich meine Himmelsrichtung immer genau festlegen kann, wo ich heute schon weiss, ja, eben Ungefahr, wo ich durch will. Jetzt geht es einfach wirklich darum, dass es mir ist, mich zu forcieren, zu festigen, und ja, eben mit dem Auto weiterzumachen, und dann mal schauen, was das Leben einem auch von den Füssen rührt. Weil das ist dann, wenn ich jetzt wirklich jetzt sehr stark damit leben ist, wie das Beispiel mit dem Tauchen. Das hatte ich ja nie so auf dem Radar gehabt, wie fest die Freude, dass ich das mache. Und jetzt gehe ich einfach mit diesen Sachen und mir fest die Freude mache, die mache ich, und bin offen für alles, was ins Leben kommen kann. Und irgendwann kommt mir etwas Gutes, und bis dann geniesse ich die Zeit. Was wünschst du dir, dein zukünftiger Ich? Oh. In zukünftiger Ich wünsche ich, alles Gute auf dem Weg, dass ich, ja, den Weg gehen kann, den ich will, und kann, und darf. Und, dass ich mich nicht lassen lassen, davon abhalten, das so umzusetzen. Weil, das, was man halt jetzt schon merkt ist, mit dem Auto, Man bewegt sich hier in einer Welt, in der ja für 99% von den Leuten unvorstellbar ist. Und, das ist schon etwas, wo, wo ich jetzt halt bewusst, eben muss halt auch lernen, damit umzugehen. Plus halt auch damit umzugehen, dass das, was für mich jetzt völlig normal ist, für andere immer noch ein Abenteuer ist. Und ein Erlebnis. Und eben so, eben so unvorstellbar. Jetzt, eben, jetzt im Winter verlausser zu schlafen. Das ist auch für mich noch von einem Dreivierteljahr so, ja, was machst du? Ich bin Sommermensch, ich habe nicht gerne Winter, was mache ich bei 0 Grad? Und, jetzt mittlerweile, bin ich froh, wenn es mehr Minus ist, wie Plus, weil so die zwei, drei Grad unangenehmer sind, wie Minus 10, weil da kannst du einfach heizen und da hast du im Zelt oder im Auto 20 Grad und du hast eine Wohnung, ja, das ist meine Wohnung. Und, und einfach so das, nicht zu verlieren, oder zu finden, dass ich weiss, dass ich etwas Besonderes mache, das ist sicher eine grosse Aufgabe, ja auch für dieses Jahr. Also, Yannick, danke vielmal, dass du dir Zeit genommen hast, uns über deine Reise zu erzählen. Wir sind sehr gespannt, wie du deinen äussergewöhnlichen Lebensstil weiterführen wirst. Gesehen wir dann gleich wieder etwas von dir. Danke vielmal, ich durfte heute hier sein und von der Reise erzählen. Das hat dir wirklich Freude gemacht. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wie mein Leben eben jetzt seit dem August 20 aussieht, im Auto drin. Und, also diejenigen, die sich jetzt nicht so viel vorstellen können, darunter mal ein Bild bekommen, wie so der Alltag aussieht.